Aldemar HD Toll Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Deus Ex Mankind Divided Wir sind hier in Garm und ich bin dabei, das Geschütz zu aktivieren Wenn es funktioniert... Wir versuchen es jetzt mal nochmal, ich kann es nicht transportieren, deswegen versuchen wir es jetzt nicht großartig weiter Wir benutzen einfach den Überraschungs-Effekt Ich will nicht, dass der Granaten wirft, wir müssen gerade die... ...die nahen Kontakte alle... ...ausklipsen Okay, ohne Kopftreffer kann ich die Knarre vergessen Oh scheiße Dann haben sich die Kakerlaken entdeckt ...und ich musste sie abschütteln Am Nordende der Anlage ist ein Helipad Ich bin unterwegs Moin, das Geschütz ist immer noch aktiv, oder? Yeah, genau so muss das sein Ich hab meinen Piloten gefunden Gott sei Dank, melde dich wenn du wieder im Frag bist Verstanden Hier haben wir auch Wow, scheiße Oh, was war das denn? EMP? Schockgranate oder so? Oh, scheiße Deckung, Deckung, Deckung Scheiße Oh Fuck Alter Ist das Geschütz jetzt down? Ne, ist immer noch aktiv Das sind aber unsichtbare Da Das ist das Gewehr, seht ihr das? Ja, da ist er noch Zeig dich Prinzessin Guck mal, da steht auch was der alles an hat Jetzt ist es down, glaube ich Okay Okay, Moment mal Müssen wir gerade eine andere Granate nehmen Was hab ich? Warum hab ich denn EMP-Granaten da eigentlich? Auf 6 Hier, Überraschung Oh, das war das Geschütz Heiß Oh, bist du runtergeflogen? Ah, läuft doch ganz gut Okay Was ist das denn da eigentlich? Würde das gerne wissen Okay, die beschießen mich alle Komm schon, Prinzessin Will dazu Okay, wir safen mal, wenn das geht Was geht Das geht grad gar nicht F6, F5 Scheiße, was ist denn los? Achso Scheiße, geht grad gar nicht Ich bin jetzt noch nie im Kampf Ich hatte eine Granate fallen lassen, die ich ihn abgeknallt habe Haha Ja gut So, jetzt müssen wir mal gucken, ob da oben welche sind Da ist einer Komm, wir gehen mal darüber Oh Mist Okay Okay, ich muss mich konzentrieren Geht doch Guck mal, die sind aufgegangen Irgendwie hoch springen kann oder so So, dann nehmen wir mal grad das Scharfschützengewehr und rollen mal hier auf Das ist doch eine grandiose Idee Wenn wir früher drauf kommen können Hier sind die ganzen Lüftungsschächte Also, ich will alle töten Ich will auf jeden Fall looten Äh, sieben Welche Funktion haben wir denn? Ich muss ja reichen Ich seh die jetzt grad nicht Jetzt sind schon alle tot Da ist einer ins Kühlbecken gefallen Was auch immer das sein mag, alter, cool Also, ich renne jetzt hier nicht durch Ich will mich hier umgucken Ich will wissen, was das... Och, guck mal, alter, da waren überall Waffen in der Kiste Inventar voll Oh, hier liegen sie alle Kann ich jetzt speichern? Oh, da sind auch noch Sachen drauf Oh, sehr gut Oh, aha Ersatzteile Jetzt kann ich speichern Sehr gut Hab ich alle erwischt? Alarm wird zurückgesetzt Ist keiner mehr da, ne? Hallo? Es hat doch irgendeiner von hinten noch geschossen, glaube ich Ist das der mit der Granate gewesen? Oh, guck mal Ich hab übrigens das Auge geschossen Ja, mach mir das mal nach Oh, da ist noch die Kamera Komm, die machen wir jetzt mal gerade Wow, ist das denn für ein Scharfschützengewehr? Brauchen wir nicht Ne, jetzt sind alle tot, ne? Okay Mal grad gucken, da ist eine tolle Lüftungsschacht Da ist noch der Typ Ich hoffe, da kommen wir hin, ohne zu sterben Hast du auch noch einen Lüftungsschacht? Mann, schade Ich wollt gern nochmal so Roboter hacken und so Es gibt bis jetzt nur Oh, toll Sehr schön Die suchen mich noch, ne? Ah, toll Nur der eine Nur das eine Schätzelein Nur das eine Schätzelein Dann holen wir den doch mal Den Kleinen Wo ist er hin? Da ist er ja Komm schon Oh, schade Ich wollt den gerade eigentlich Barmherzige Seele Ich bin sehr barmherzig Ich töte sie erst im Nachhinein Okay So Alarm, hier ist sie doch Locked Hacken Natürlich Natürlich Ah Nein Was, wir haben auch Schockpatronen? Innen der 10mm Pistole Ich dachte, das ist panzerbrechend Oder IMP Munition Achso, IMP Munition ist das Stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja Oh, Alter Oh, da soll ich durchklettern? Das ist wohl ein Weg hier rauszukommen, hä? Strukturschwäche Ach ja, das wär die Abkürzung gewesen Ich bin aber noch nicht fertig Achso, ich hätte immer auch durchschleichen können, ja Wer will das schon? Ohhhh Muffins Ich würd gern wissen, warum die evakuieren Guck mal, hier haben die Oh, ganz schön viel Verpflegung Äh, Kruppa wie Pirates Häck'n Häck'n Anomalie festgestellt Tracing-Programm initialisiert Komm schon, schneller Schneller Gott sei Dank Dann gucken wir uns hier mal kurz durch Ah, hier ist gar nicht Scheiße, tut mir leid 6653 Tunnel, Türcode aktualisieren Bestimmt Okay Swapdi Wir müssen auf jeden Fall looten Und alles, hier guck mal Wir kommen nie wieder hier hin Das ist ganz wichtig Dass wir hier Frühjahrsputz betreiben Was ist das für ein Licht da hinten? Ist das nicht irgendwie so ein großer Kampfroboter oder so? Noch nen Laptop Ja Ja, sehr gut Ähm Vernachlässigungen der Dienstpflicht Äh, 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 äh äh Äh, nein Nichts Okay Hups Was habe ich denn alle kaputt gemacht, Alter? Komisch Komisch Patrouille meldet. Südseite gesichert. Patrouille meldet. Südseite gesichert. Aber drin ist alles tot. Breach-Software. Wollen wir mal reinschießen. Ja, genug Munition. Noch ein Laptop. Komm schon. Was ist los? Noob-Virus? Okay, Reserven. Und noch irgendwas anderes. Hallo Roland. Blablabla. Datenextraktion. Mann, das sieht so aus. Ich würde am liebsten alles mitnehmen. Das sieht alles so wertvoll aus. Wir können ein bisschen was dir hier frakt, Tieren. Ja, da war noch ein Noob-Virus, da war das, äh, 600 Teile oder für, wow, haben wir insgesamt oder haben wir jetzt gerade bekommen? Die Sprengen, die Sprengen, glaube ich, in die Luft. So, ziehen wir gerade hier gucken. Überlüftungsschächte, Lüftungsschächte. Ist das der Tür-Code? Ne, das war der nicht. Oh, die brauchen aber lange. Komm schon. Komm schon. Ne, es wird nix. Es wird nix. Es wird nix. Das wird was. Wusste ich's doch. Einfach immer dran glauben. Okay. Hacken. Ach, komm, wir machen's mal anders gerade. Multitool. Wo hab ich's denn? Hab ich gar nicht ausgerüstet. Was soll denn das? Äh, ach. Das geht gar nicht damit, ne? Okay, dann hacken wir. Kein Problem. Guck mal, übersichtlich. Tracing Zugriff. Neu. Neu. Ärger kommt auf dich zu. Ankunft in vier Stunden. Sei bereit. Äh, hallo, blablabla. Automatische Antwort. Schwelg, schwelg. Okay. Holografischer Displaytisch. Boah, was ist das denn? Ne Bombe? Sieht aus wie ne Bombe. Guck mal, wie cool. Ich will auch sowas haben. Werfbar, Drucker. Äh. Ah, Security. Ah. Hallo? Geht doch. Ich kann nicht mehr sichern. Hab ich keine mehr? Geht doch. Wir haben ja genug Nukviren. So. Kameras. Ist das so ein Witz? Ist das doch ein Witz. Ist das doch ein Witz. Guck mal, haben sie ihre bescheuerten Masken überall. Schubladen. Arschloch. Schmerzmittel. Ob wir den jetzt gerade erschossen haben, den Typen? Das kann ja sein, ne? Ist da noch was drin? Das ist doch ein Waffenschrank. 16.000. Jetzt kommen wir wahrscheinlich von hier aus auch. Ich glaube aber, ich will lieber durch diesen Schacht klettern. Oh, jetzt sind wir hier. Na gut, was soll's? Ach, da hab ich mich durchgeprügelt, ne? Komm, jetzt gehen wir durch den Schacht. Aber wohin wollen wir? Guck mal, da sind noch zwei. Aber die sind draußen, ne? Was soll ich denn hier? Ach, da muss ich lang. Ich fühl mich hier nicht so ziemlich wohl drin. Ruhre wird aktiviert. Dann läuft der Strom noch. Ach so. Ah, okay. Hier sind wir. Okay. Keiner hinter mir? Einer. Okay. Sind die alle tot? Gut. Ja, sind sie. Ja. So macht man das, Leute. Habt ihr's gesehen? Genau so. Und nicht anders. Dann hätt ich auch hier rausgekonnt, ne? Ja, da ist ne Tür. Das sind super Nede, die hätt ich wahrscheinlich irgendwie aktivieren können. Da ist Security, guck mal. Und schon wieder hacken. Meine Güte. Heute ist aber echt übel. Anomalifte bestellt. Tracing-Programm initialisiert. Und? Komm schon. Geht doch. Kamera, Kamera. Aber für wo? Für hier? Nee, für den nächsten Raum wahrscheinlich. Ja, die nehmen wir mal mit. Keine Munition mehr. Oh, überall Ressourcen von denen. Ersatzteile. Ist das ein Fahrstuhl? Nee, das ist irgendwie so... Keine Ahnung. Schattensoldat. Na? Okay. Das ist ein Problem. Haben wir irgendwo ein Sicherheitsterminal? Hier gibt es nur zwei Kameras, ne? Achtung an alle. Die Messe ist geschlossen. Nehmt ab. Hm. Okay. Oh je, Miné. Ist das ein Raum? Können wir da rein? Okay, machen wir jetzt mal den da tot. Der nervt sowieso. Keiner gemerkt, ne? Gut. Meiner weniger. Guck mal, wie er sich wegduckt. Oh Mann, das sind ganz schön viele. Alles klar, da kommt man in den Raum hier rein. Kommen sie nicht, ne? Habe ich noch eine Mine? Gasminen? Nee, die muss ich mir aufsparen. Gasmine. Nee, nee. Egal, wir haben ja noch ein paar Sprengminen. Man schafft es sogar, muss ich gleich benutzen. Aber nicht von hier. Okay. Kommt um die Ecke, meine Freunde. Schalt doch nicht so langsam. Da kommt er doch. Komm jetzt. Oh, wie sie sich nicht trauen. Jetzt gehen sie zurück. Oh, hat er sich gerettet? Die sind so doof. Das ist so doof. Das ist so doof, ne? Das überlebe ich nicht. Arschloch, in die Eier. Nein! Oh, Jesus Maria. Das war eine EMP-Granate, glaube ich. Oder eine Schockgranate. Da ist einer. Wah! Ganz ruhig, Alter, mal. So, der ist auch geschüchtert. Hat der gerade eine Granate geworfen? Nee, ich dachte schon. Wir brauchen halt nur die Pistole. Was anderes ist nicht nötig. Ich korrigiere mich. Arschloch. Ist immer noch da. Nein! Okay, okay, okay. Ich habe das Scharfschlüsse-Gewehr noch. Oh, ist noch Gas. Ist noch Gas. Ist immer noch da, ne? Okay. Jetzt überlebt der einfach. Alter, was ist das für ein Badpo? Du kannst doch nicht permanent anbleiben damit. Das geht nicht. Er lebt immer noch. Okay, alles klar. Sehe ich jetzt mehr. Da ist der eine. Da hinten sind noch Unsichtbare. Das gibt's doch nicht. Ich sag Gesicht. Da, jetzt ist er sichtbar. Und er ist tot. Was ist denn das auf... Was ist das hier für ein Gerät eigentlich? Gibt auch wieder so ein Schild an. Oh, das ist ein Geschütz! Okay, okay. Das ist ein Terminal. Das ist ein Terminal. Ist das ein Security-Terminal? Nein, ist es nicht. Oh je, Miné. Da müssen wir irgendwie hinkommen. Lüftungsschächte? Keine sichtbar. Da oben irgendwas. Okay. Ich muss überlegen, wie ich da hinkommen soll. Ich kann doch... Remote-Hacking. Habe ich aber nicht gelernt. Ne, ne. Okay. Scheiße. Oh Mann. Komm raus. Komm raus. Wo immer du steckst. Oh Mann, ey. Da ist das scheiß Geschütz. Ne. 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 Dann machen wir nicht viel. Dann machen wir nicht viel. Geh mal ein Fahrtenkreuz wieder nicht. Ich hab nur noch... Oh Scheiße. Super wenig Munition. Muss bald mal speichern. Ja, anders ging's jetzt nicht. Der wollte seinem Kumpel nicht helfen, hä? Oh, blende mich nicht so. Da ist der doch. Den sieht man nicht. Okay, alles klar. Hab ich noch andere Waffen? Ähm... Da. Das legen wir dann mal auf Taste 4. Wird Zeit. Ich muss die Pistole weglegen. Das kann nur... nichts Gutes bedeuten. Kann nur und kann nicht. Oh, schön. So was hab ich noch gar nicht benutzt vorher. Ah. Wo ist das Terminal? Der Geschütz ist viel zu schade, um es zu zerstören. Da! Geht doch. So, dann mach mal den Restplatt, wenn da überhaupt noch was existiert. Ist immer noch rot. Ja, keine Ahnung. Muss funktionieren jetzt ein anderes Geschütz, oder? Kann sein. Ja, ich glaub, es ist ein anderes Geschütz. Okay, dann EMP. Oder hab ich hierfür noch irgendwas? Dann hat die Rewehrmunition... Panzerbrechend. Ist das jetzt kaputt? Ja, so. Jetzt ist es kaputt. Meine Güte, Leute. Ich muss hier abspeichern. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Deus Ex-Mankind. Die beiden. Meine Güte, wir ballern uns hier aus Garm raus. Also, bis dahin, Leute. Haut rein. Krieg. Steiger. Wir sehen uns hier vor, bis dahin. Leute, siehst du wieder. Wir sehen uns hier hin. Ich hoffe, wir sehen uns hier runter. Bis zum nächsten Mal.